also moin und willkommen zurück zu einer weiteren runde scum wir haben ja die ist dann hier oben ausgelockt und hauen jetzt erstmal hier ab und gucken dass wir ja ich weiß noch nicht wohin irgendwo wo man vielleicht autos findet teile befindet es ist gerade echt wir könnten natürlich warte mal wir sind hier da oben wäre vielleicht ja da könnte man ich weiß noch nicht ob das jetzt so querfeld ein hier am besten ist okay wir haben hier auf jeden fall die straße wir gucken dass wir jetzt gleich dahinten an dem häuschen noch mal gucken fahren ansonsten müssten wir wirklich mal ja ein paar orte abfahren um zu gucken ich glaube hier geht es ein naja sollte das hier sein so viele wege gehen hier nicht ab wenn er sitzen fehlt das finde ich noch nie mal so schlimm weil ich habe ja gerne mitspieler wie auf meinem eigenen server als ich noch ja auch regelmäßig live war und ja ich sag mal für die videos ist es auch blöd irgendwie ein squat zu haben oder überhaupt mit leuten zusammen zu spielen weil die videos sind ja meistens nur halbe stunde und lohnt sich nicht ich hoffe natürlich dass ich bis kam langsam wirklich was wieder ändert und das auch mit den einstellungen wieder hinhaut und was weiß ich nicht was und dass ich dann auf kurz oder lang natürlich auch wieder meinen eigenen server eröffnen kann und meine leute wieder ich hoffe reaktivieren kann und mit denen wieder spaß haben kann und wir wieder zusammen unterwegs sind es wäre sehr schön weil irgendwie ich vermisse schon mein altes quad meine leute tina kalle brader pina es war schon echt super es hat immer spaß gemacht apropos rager ich wollte doch gucken was so ein rager kostet aber ich glaube der kostet hier einiges so jetzt lass mal gucken wir haben einmal schrott habe ich brauche dann das ich brauche einmal das und das habe ich nicht weil ich habe keinen rucksack auf ich habe das zeug doch im rucksack so dann mal kurz gucken haben wir hier und das geld haben auch nicht eingezahlt ich so clever heute ja heute gestern egal eigentlich an jedem tag nicht wirklich im moment das teil darüber so ist halt dahin es war eigentlich in meinem rucksack den hatte ich dahin da ist mein rucksack hervorragend so und dann packen wir das mal kurz hier ist packen wir mal da rein auf jeden fall so dann packen wir das hier runter sehr schön dann können wir nämlich die zweite teile auch in den rucksack packen und den rucksack komplett weg packen ich hoffe so nicht dass ich jetzt schon wieder was vergessen habe so dann machen wir das ding mal hier zerlegen sehr schön dann machen wir aus dem hier was dann auch schön wäre ist das eigentlich nicht egal doch eigentlich schon so also 1 1 2 3 4 sehr schön das schrott haben wir auch äh so 4 wunderbar äh das zahl hier bitte nicht das da kümmern wir dafür so das da rüber das da rüber jetzt brauche ich natürlich noch eine werkzeugkiste die hatten wir doch aber auch hier an der seite irgendwo stehen naja wohl wunderbar egal nimm mal eine von denen es ist mir jetzt egal echt so dann hätte ich gern herstellen gedrückt so jetzt geht's dann haben wir nämlich auch ein bow stabilisator stabilisator und hießen vielleicht nicht mehr so oft daneben so ist schon geil dass er trotzdem den 53er nicht genutzt hat ich finde das manchmal echt jetzt ich habe jetzt einen bogen stabilisator gebaut der nicht da ist oder was echt jetzt ja das läuft er ist auch in keiner tasche nix sag mal irgendwie irgendwie jetzt für den arsch oder also ich meine ja ich würde sagen das läuft irgendwie ganz falsch gerade alter ok da wir eh noch hier gucken wollten ist ja gut kommen ja nein umgekehrt soll das gehen nicht du verhaust mich sondern ich frau dich mensch so wir suchen mal wieder einen schrott es ist so ein mistricht also wenn die dinge jetzt gar nicht mehr zum bauen sind ne finde ich das vollkommen ich warte kurz den kann man doch eigentlich hier nackig machen mal durchsuchen so in lumpen zerteilen weil das geile ist ja auch es ist hier 1 2 3 ernsthaft aber nur drei wir brauchen aber vier so vier und handwerk was braucht man noch ja ja ein davon und einmal schrott und einmal das ok das einmal das und so dann müssen wir jetzt gleich schrott suchen bringt ja alles nix so das ding hier hin ich würde jetzt gerne die besseren lumpen zumindest mal hier reinschmeißen so das wäre eins das wäre vier hervorragend dann brauchte ich wie gesagt noch einmal schrott und eine werkzeugkiste wir gehen jetzt erstmal den schrott suchen wir haben auto vermutlich man 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 ja schrott hätten wir dann jetzt auch dann nehmen wir jetzt bitte einmal die tomaten die tomatensuppe doch gerade die werkzeugkiste wollte ich sagen so um werdet geht jetzt wieder nicht damit aber böse hier aber mächtig böse so war das so detail der buddha so hier rein so ich nehme ich jetzt auch extra hier hin mit blick nach da tue ich jetzt mal so handwerk das ding ist doch alles soweit fertig oder ja 8 1 aber auch wunderbar so dann stellen wir das ding jetzt direkt mal her wenn das jetzt wieder weg ist dann weiß ich es nicht dann weiß ich echt nicht mehr komischerweise jetzt ist er da wo ist denn dann bitte eben der andere hingegangen das würde mich jetzt sehr interessieren man 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 so jetzt haben wir auch ein buster blitz das ding schmeißen wir obwohl man den kümmern doch guck mal da ist noch eine einheit dran dann machen wir reparieren dann ist der auch weg aber wir haben den auch nicht im inventar das ist merkwürdig wo das ding ist echt das haben wir ja hier gebaut das ist trotzdem nicht da ist es ja ist es aber egal wird hier gibt es auf jeden fall auch keinen doch in der garage waren wir hier gibt es auf jeden fall auch keinen keinen keine tür für mich dann fahren wir weiter wo ist er wo ist er gerade irgendwie auch immer nur unsere hütte das ist aber oder unser wohnplatz aber ich finde es glaube ich gar nicht so schlimm dass man erstmal so im nahbereich guckt und dann ausweitet so dann würde ich sagen auch hier ist übrigens ja immer noch dieses keine ahnung was ist das base keine ahnung gedöns da geht es auf hier statt halt warte wo bin ich denn hier wir könnten natürlich wir fahren da lang aber ich hoffe dass das motorrad da nicht mehr im wald steht wo ich ja das letzte mal mit liegen geblieben bin ich glaube das finde ich eh nie wieder es sei denn ich holz den ganzen wald ab ja es war auf jeden fall nicht so geplant ich habe ja gehofft ich komme mit dem moped noch ein bisschen weiter soja das problem war halt dass man die nicht tanken konnte ich hätte natürlich gerne das moped gehabt so querfeld einhüpfen und sowas oh gott lass mich gucken hier ist ja auch noch hier ist übrigens auch noch ganz viel garrett schon so also garagen natürlich ok da waren zum bich wo kann sagen irgendwas vor der grad merkwürdig aber es ist nur ein zombie ok es sind zwei zombies vielleicht noch ein paar mehr ich hab keine ahnung oh gott ja komm hüpf dich zu tode mach da nicht schade wieso warte ich komme wieder keine frage ich möchte doch auch eigentlich nur ok die hat sich doch zu tode gehüpft die dame nach da ist unser polizei zombie ich möchte doch nur mal kurz aussteigen und in den garagen nach der türe gucken ist es denen so schwer hier zombie tot nein zum bin ich tot so wie immer noch nicht tot ich habe gedacht er wird tot dicht so alter bleibt doch jetzt einfach mal irgendwie liegen ist echt nervig der wurde da der polizei ankelmann ich glaube jetzt ja jetzt mal gar nicht mehr dann ist gut jetzt bleibt liegen so dankeschön denn würde ich jetzt gerne mal gucken ich brauche ja türe hinten keine ahnung seite ja nervig denn das ist schon wieder keine türe da hier ist auch keine türe aber eine werkzeugkiste die nehmen wir natürlich mit mitnehmen so na tolle wurst so das ding hier zu da aufpassen bleibplatte und so ja aber alles andere nein es nervte ich brauche eine tür ja die könnte ich mir beim händler kaufen ich weiß möchte ich aber nicht so dann schnell noch hier hin und ja ich weiß es gibt hier noch mehr garagen aber da werde ich jetzt nicht auch noch hin laufen glaube definitiv einfach die teile hier haben einfach keine für mich menu so egal hm dann schauen wir doch heute mal wo wir landen so warte wir könnten ja wir können das übrigens rausholen das wäre das da rein das da rein das da rein weil eigentlich wollte ich ja gar nicht looten so blödsinn na was bestellung ist auf dem weg okay wer hat denn was bestellt warum bestellt man sich was also wohl gemein hier ja also wir sind auf jeden fall hier komm her ich lauf die anderen garagen trotzdem nochmal ab auf die gefahr hin gleich tausend zombies am arsch zu haben ja einen auf jeden fall schon mal der da aus dem fenster hüpft alter falter die sind aber auch sind die so hier ist leider auch nichts vernünftiges weg hier bevor der nächste aus dem fenster hüpft lassen wir das lieber sein so schnell hier rein auf die tür ja bremsflüssigkeit ja super wir sterben für eine bremsflüssigkeit oder so nein tun wir nicht ähm weiter einmal hier raus hier rum da müsste doch irgendwo ist hier nicht noch irgendwo eine garage gewesen ich bin mir nicht ganz sicher äh ne sieht nicht so aus und da ich ja nicht looten wollte laufen wir jetzt einfach zurück zum auto weil ich will ja nicht looten ich will ja eigentlich nur eine türe für mein auto weißt du so jetzt ich sehe immer schon wieder vergessen zuzumachen wobei ich das mit dem zu machen hier auf dem server eigentlich so auf gemein auf gemein allgemein auf den server nicht mehr verstehe weil die zombies machen jetzt mittlerweile auch die türen auf das bringt also gar nichts mehr so dann bitte weiter bitte danke so einmal hier rum dann gucken wir mal da hinten an dem höfchen hier links an dem gehöft könnte natürlich was sein das könnte hinten auf der ecke an dem ding was sein wir gucken jetzt einfach irgendwo werden wir schon was finden hier ist aber gefühlt auch nichts auch kein auto kein nix und form mal wieder wach so ja 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 so wir können hier nochmal gucken wie gesagt hier an dem gehöft da steht ja auch manchmal an der seite ein auto wer baut denn jetzt genau hier was was ist das station a3 zentral ok a3 zentral ok a3 zentral keine ahnung was das hier wird muss heute stelle oder so ich habe keine ahnung war das gerade ein zombie könnte wir fahren dann jetzt hier nochmal gucken an dem ort vielleicht steht hier auch ein paar ötliche ötliche autos 1 reicht mir schon eigentlich so mit heckklappe nehmitte hintertüre volkswagen ähm aber wie sie sehen sehen sie nichts hier steht kein auto scheiße naja gut ne gut dann hauen wir hier ab weil zombies gibt es da dann fahren wir hier unten was ist das a3 a3 statt genau ans wasser wir gucken da nochmal in den garagen dann muss da irgendwo möglich sein hier eine blöde türe für mich zu finden ey dieser und wenn da nicht fahren wir nach hause gehen wir ein bisschen kochen oder so ich weiß noch nicht und dann dehnen wir halt jetzt die tage die touren immer ein bisschen weiter aus irgendwo finden wir schon einen teil ich weiß dass es kann halt nicht anders uiuiuiui ha 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 so sollte auf jeden fall gleich so ähm so ähm was da passt fast fast so so wir fahren ich würde sagen wir fahren hinten an das eine teile und die garage hier ich weiß eh noch nicht wie man hier eine garage bauen konnte auch alter du bist nervig wir gehen mal auf die zwei rüber dann steigen wir mal kurz aus machen aussteigen danke schließen und dann gehen wir jetzt den zombie verhauen ja komm her dass die immer den ersten schlag haben wollen das ist aber auch hier blöd so haben wir hier eine türe ist ein rager rager stoßstange hinten das ist folge ich finde hier alles für den rager aber nichts für mein auto das ist kann ich den rager in ersatzteilen zusammenbauen also könnte man schon wenn man einen findet aber das ist das andere problem ich finde noch nie mein komm mal hier ist schön ruhig auch nicht nein nein so ich möchte hier auf jeden fall rager reifen das ist ich hasse es ich hasse es so sehr das glaubt mir kein mensch obwohl was den kümmern eigentlich mitnehmen so viele teile wie wir hier bald zusammen haben können wir doch ein rager schon fast zusammenbauen und für den fall dass wir doch mal irgendwo ein finden jetzt haben wir noch hunger das ist ich bringe jetzt erstmal den reifen weg also ich sage rager teile habe ich jetzt mehr als genug gefunden eigentlich ich weiß auch nicht hier haben wir auch aufgelassen mann 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 so verkauf nee eigentlich nicht aber was ist das leica wo haben wir denn dann die rager teile drin rager sitzt da hier drin so hervorragend hallo warum packt denn da oben rein packt ihn doch da rein reicht mir doch da wird dann hier unten der verkauf ich muss meine schwert nehmen so wunderbar haben wir eine schwert in die haare es ist blöd wir haben ja sonst nichts haben wir sonst noch was zu reparieren ja meine stiefel auf jeden fall da können wir noch reparieren ja das ist ja auch und da tut die haut geschaut so reparieren hervorragend so das haben wir geschafft dann eigentlich beide gemacht gehabt ja ja da gibt es ja auch nur zwei wir könnten übrigens mal kurz hier rein gucken guck mal hier gibt es auch das auf jeden fall salz auf jeden fall dann brauchen wir das nächste mal nicht kaufen wasser ei nicht wasser ei sondern wasser und ei so wohl so ein wasser ei was auch immer das ist wäre vielleicht auch lustig na also hier ist so nix doch guck mal die haben wir da nicht eben zur zugemacht gehabt ja der hat ja so ein helm an da geht das ja nicht hervorragend ist jetzt nee das ei wollte ich jetzt nicht futtern aber irgendwie ich war der meinung ach scheiße da ist übrigens die garage bei der polizei die gucken wir gleich auch noch mal durch aber jetzt gehen wir erst mal hier vorne bei der gucken so wirst haben wir nicht nein ich hätte jetzt gerne eine türe für mein auto jetzt kann es nicht sein ne du finde ich finde hier nix an türen für mein auto mann 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 wir gehen hier noch mal gucken nix türe für mein auto das ist blöd so zu darum dann gehen wir jetzt mal bei die polizei gucken und wenn da auch nicht fahren wir zurück halt wir holten bei die polizei gucken zu rein es ist echt blöd hier manchmal und nicht hervorragend er tut es doch ich hasse es ist voll blöd ich mag das nicht mehr warum meno also zurück zu meinem auto der auto ist hier den fahrer hier mal wer fällt ein so ja leider ist hier nichts gewesen mit reifen nach reifen türen was ich relativ schade finde müssen wir gucken halt dann müssen wir jetzt die tage noch ein bisschen weiter raus fahren ich glaube ich habe da auch schon mal so einen halben halben idee aber ich weiß es tatsächlich echt noch nicht ich sage ich habe auch noch kein rager wenn ich ehrlich bin gefunden ich glaube die gibt es hier auf dem server nicht vielleicht nur zum kauf ich bin mir da war noch nicht so sicher aber das wäre ja auch ein leichtes dann verkaufen wir halt mehrere autos und kaufmann sun rager oder so wie aber wir sind jetzt gleich auch schon was wieder zu hause das heißt wir könnten auf jeden fall auch mal gucken also ein bisschen was kochen vielleicht ich die aufgelassen ja die ist gar nicht auf ich wollte gerade sagen ich habe die doch nicht aufgelassen und bei gelegenheit müssten wir mal gucken dass das auto wieder reparieren so ich habe keine ahnung schon wieder irgendwas falsch gedrückt wie immer so es war wieder falsch in 10 0 10 0 sektoren kriegen wir auch ist es auch wirklich so türe zu dann hätte ich jetzt gar noch einen rucksack da ja ausrüsten so dann brauchen wir einmal das 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 und das das ist ich weiß aber auch echt nicht warum wir eben den blöde mitgenommen haben kaffee 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 ist wichtig kaffee brauchen wir kaffee ist überlebenswichtig so das ding schmeißen wir gleich so ins auto würde ich sagen also das erst mal da rein dann das auto den können wir dann mal so nebenbei essen so dann übrigens ja genau hier das ist nämlich unser samen ich würde sagen samenkopfer aber nein samen ist hat man da zwiebeln und da ist knoblauch was war das das war knoblauch okay dann müsste das darüber so hervorragend kartoffeln haben wir wir haben mit salz haben das ist wir haben alles da das ist sehr schön so dann einmal nach hause rein dann einmal zu wir müssen bei gelegenheit wahrscheinlich auch erwarte warte warte futter machen wir futter da da das da hoch 1 2 3 5 nein quatsch ist er mal ist er mal müssen wir da jetzt mal gucken was wir alles noch brauchen was hätte ich denn was was möchte überhaupt kochen ich weiß das noch nicht so dass und das müssen wir auf jeden fall mal mit rausnehmen wir können kochen weiß ich noch nicht irgendwas so zu machen dass da drauf hervorragend jetzt hätte ich gerne cooking wir können cookings machen maschrumpaste pesto pene pate wir brauchen nudeln wir haben kein käse scheiße wir können kein machen wir nix käse spagate ballon also können wir nein kommen nix weil keine käse das ist scheiße ich jetzt sie footpaste können wir nicht machen wir kein seafood und sahne sowieso nicht scheißen dreck hier das ist keine ahnung wir haben das haben wir nicht egg drop soup das haben wir auch nicht poultry meat keine ahnung wir haben wir können nur das nehmen das ist voll blöd meat soup wir haben keine karotte man irgendwas ist doch immer so wir haben mushroom soup das könnten wir auch nicht weil wir haben keine sahne und mehl haben auch nicht nicht doch das ist doch tomaten soup ja kein käse und kein kein dings das läuft ist es hervorragend haben wir auch alles nicht ich weiß was wir kochen können kaffee hoffentlich wir müssten irgendwo kaffee haben den hatte ich doch eben irgendwo da ist auch noch kaffee dann bräuchten wir was war es wasser wasser und zucker ist optional ich will nämlich kein zucker jetzt haben wir so viel gutes zeug gekauft und konnten trotzdem nichts machen das ist so blöd weil wir keinen käse haben wir müssen kaufen käse bei geringer meint oh gott wir sind auch schon wieder bei 38 minuten oder so sehe ich das ist dann so wir warten jetzt die vier minuten hier noch ab sortieren dann noch ein bisschen das zeug rüber dann würde ich sagen gut mit mit blinkt der bild ja ihr wisst was ich meine und dann gucken wir in der nächsten folge auf jeden fall weiter also das mit dem kochen funktioniert mittlerweile ja ganz gut jetzt die anderen sachen noch mal anfangen irgendwann vernünftig zu laufen auch mit den einstellungen und dass man endlich wieder zombies in der außenwelt kriegt weil ich möchte immer noch meine zombies draußen haben so fertig da ist mein kaffee wunderbar so futter dann packen wir das jetzt erstmal hier alles rüber so das da rein ist dahin und meine pilze haue ich mir jetzt erstmal hier in die seite dann haben wir auch pilze ja eigentlich umsonst gekauft fast ne mal irgendwie da draußen streift schon wieder ein zombie rum die gehen mir auch auf eine piece so so da das hin da das salz hin obwohl wir hatten doch eben auch noch ein hunderter pack gefunden ich wollte gerade sagen hatten wir doch gerade in der in der geschäft so wir hätten ein ei wir hätten eine kartoffel wobei wir das ei gerade hätten auch zu spiegelein machen können eigentlich ne so ähm hauen wir da rein kaffee so das ist schön das wasser ist leer das können wir wieder auffüllen aber wir haben eh noch genug kaffee oder so das ist wir essen mal alles leerer magen jetzt ist nix mehr leer gesundheit ne perfekte da ja jetzt haben wir 20 prozent voll nur ok äh 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 doch da ich wollte gerade sagen wir hatten ja jetzt mein kaffee hingeschüttet aber ja kaffee ist noch da so erster selbst hergestellt doch kaffee muss man ja ausnutzen so das haben wir ähm dann da ist unsere gaslaterne da ist das wir müssen mal kurz gucken prüfen 10,445 da ist noch jede menge drin das ist sehr gut ähm inventar öffnen die sind alle voll ja das nicht aber der hier die sind alle voll sehr schön ähm gut müssen wir auf jeden Fall über Gelegenheit auch gucken und ja ich würde sagen wir beenden dann heute und ähm ja sehen uns dann zur nächsten Folge ich hoffe es hat euch natürlich gefallen dann wäre es schön wie immer wenn ihr mir einen Daumen da lasst wenn ihr gerne weiteren Folgen verpassen wollt lasst mir gerne noch ein Abo da und wir sehen uns in der nächsten Folge und ich sage bis dahin erstmal ciao der Falli und wir sehen uns in der nächsten Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge